Guten Morgen! Einen wunderschönen Sonntag. Ganz viel Spaß. So, ich bin auf dem Weg. Super Wetter wieder. Schön warm. Jetzt geht es in die Infrarotkabine. Dann schwimmen und dann den ganzen Tag bis heute Abend spät masterminden. Wir haben super coole Gespräche gestern. Sehr viel wieder mitgenommen. Einfach mega. Jetzt guck dir mal das an. Ist das nicht göttlich? Normalerweise werde ich sie zum Hinten erteilen. Ohne wunderschönen Luft, ohne nichts. Hier habe ich das Paradies. Also, super Tag für dich und deine Familie. Tschüss. Bye-bye, dein Ernst.